Am meisten kommt da noch was vor. Aber mehr nicht ne. Nö. Nö. On my way. Super! 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 Hilfe? Ja, wo bist du? Weileidig. Danke. Passt mit dem Ding auf! Lade nach! Was? Das ist ein Splitter? Ja. So, was war hier Munition, ne? Ja. Eine Pistole wieder. Ich glaube, bei der... beim Sturmgewehr. Okay, hier ist die Meute gleich, ne? Jo. Hier liegen Rohrbomben am Anfang, links. Ach, nice. Gefällt mir. Ja. Kann nicht? Ähm, ja. Wir versammeln uns alle hier im Raum, würde ich sagen. Das, was ich weiß, kam von hier unten auf was. Einer soll als Gewehr machen, sagst du gleich? Ja, kann ich machen. Warte, ich hab noch das zu. Da hat nicht viel gebracht, die Bombe, oder? Geht. Geht. Oh ja. Ich kenn's besser sein. Ja, dann, wenn du da hinten auf hast, gehst du jetzt ans Gewehr. Ja. Oh, oh. Ich glaub, das war's, oder? Ne, noch nicht. Okay. Gut. Jo. Easy. Ah, hier. Ah, hier. Ah, jetzt ist der Tank hier. Oh, oh. ich glaube ich muss sterben wo bin ich alter ich war noch nicht am ende wo bist du hier weiter gegangen ich war der erste schau mal da unten Nein, Matze Warte, hier war noch mehr Räume, vielleicht war ja was Wichtiges Ja, hier habe ich zum Beispiel was Molly Hier ist ein Raum Nichts Hier noch vielleicht Kann man raus Ich glaube wir müssen auf die Streets raus Also hier geht es noch nach unten Bist du runtergelaufen? Ja Okay Hier ist eine Tür öffnen wir mal die Tür Vielleicht ist da drin Hier ist eine Pistole Mehr Räume Und hier geht es raus Was, warum ich? Ich werfe Molly, passt auf Aua Hat der Molly dich getroffen? Oh, was ist das? Mauchhäuser, das Grüne Okay Im Leihhaus sind wir sicher, wo es ist Leihhaus Safe und Entschuld Ich glaube hier vorne gleich schon Ja, so, aber ich hatte mal ein HP, deswegen Räume Warte, warte 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 Sie kommen Was? Das war nicht geplant Können wir irgendwie durchrennen zum Leihhaus? Nee, jetzt müssen wir kämpfen Glaube ich nicht Ich komme aber auch von allen Seiten Alter. Holy shit. Eieieieieieieieie. Safe zone. Safe zone. da ist ich glaube das Ding selber zu Nero ja tatsächlich so was soll das man ja was jetzt was jetzt bestimmt nachkampf ja keine nachkampf gehabt Wurziger ja Kukau alle Kürze ich bin bei dir so was soll jetzt verhoffen dieselben und wird es um war auch schlug hallo 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 man auch wollen einige Moneys weil ich nie über das die Google auch das die hier die Bühne weggebringt ab alter ne der Kopf ist richtig jetzt von der Schott sagt der Mann halter jetzt jedenfalls eklige aber ich auch gehört mit den Dings wie heißt er oder also doch ach von oben komm auf dich anscheinend ich gehe mal weiter können wir auch hier auch mit waffen dahinter ich kam ein panne an den jockey war da wo du bist erste küche hat mir hat man zu der größe doch hier war ich gerade schon hat ein bisschen aufgeräumt ok boots boots mit dir in der ecke boots was wir können den lift nehmen aber wohin können wir denn den lift nehmen starten sie den lift wo ist der lift was war das ich hab die tankstelle in die luft gejagt während ich daneben stand das ist ja so ein idiot das wirst du schon wieder tun ja oh man ne gut aber immerhin bin ich dieses mal nicht gestorben das ist so gut das ist so gut das ist so gut dort steht Hilfe ein JOL! Ja, warum das denn ich nicht als Schöne vor hab? Hahaha.. Ja, gut! wir schaffen es auch so matze ich glaube franz ist gesund hat die mann anstatt dir nicht gut klettert er einfach hoch gott ich könnte auch hoch mann keine gute idee doch mal ja und vielleicht hast du recht dann geht doch das gefühl wie du es machen musst du musst einfach einer leichter bleiben gar nicht jetzt kannst du dir hier oben von oben abschießen kommt vielleicht habe ich hoffe da war was sind jetzt genau hin und ich habe keine munition mehr von meiner arke ich habe auch nicht oh guck mal da kommt Oh mein Gott, da klettert die Leiter hoch! Na klar. Ich habe aber was Großes gehört. Oh oh.